hallo und herzlich willkommen zu einer neuen runde let's play world of warcraft mein name ist gredel und mit mir zusammen spielt der eska hallo eska hallo zusammen so ich würde mal sagen in der runde machen wir mal wieder ein bisschen ich will aber spezifisch an damit die leute mal hier ein bisschen unterschiede sehen wobei macht rennung wir sind wir waren schon ganz weile bestimmt allerdings da geht sogar schon los soll die noch schnellen flugpunkt eigentlich erst holen ich erreiche doch hier reichen noch marauder ja könnte man so sagen ich habe sogar einen quest dabei das ist doch schön nein die kriegst du ja automatisch weil hier keine questgeber mehr existieren das ist ja dreist wir haben ja die ganzen iniquests rausgenommen wo ich da ehrlich sagen muss dass maraudern eine von denen inis ist die mir nie sonderlich gefallen haben mir auch nicht ich kann auch mal was los Ah, das wird auch mal Zeit. Warte mal, hier ist noch ein paar Ferncamper, die hier durch die Welt gammeln. Die kommen gleich. Du musst die irgendwie dazwischen durch angetickelt haben. Ah, die kommen schon mit. Okay. Okay. Das war's für heute. Das könnte man so sagen, ja. So. Apex. Ich will Apex fahren. Was du nicht alles willst. Können wir eigentlich schon auf die Zeitung unserer Insel? Ich glaube nicht. Das ist natürlich doof, ne. Aber da kommen wir noch hin. Ajo. Das auf jeden Fall. Jetzt freue ich mich erst mal drauf 38 zu werden, damit Schadenszauber Heilung verursachen. Weißt du, die ganze Zeit beschwerst du dich von wegen, du bist noch nicht so alt. Jetzt freust du dich darauf mal 38 zu werden. Ja. Irgendwann ist ja immer. Ja. Seid doch erstmal zufrieden, dass du nur 35 bist. Ja. Manchmal hatte ich ja Älterwerden auch Vorteile. Das stimmt allerdings. Nicht, komm mal früher, da warst du halt 14, 15. Da durftest du nicht weggehen, wie du das wolltest. Und konntest nicht unbedingt machen, was du wolltest. Du musstest pünktlich zum Essen zu Hause sein. Und heute, heute ist das halt anders, ja. Heute kann man machen, was man möchte. Wieso hatten jetzt die Quest nicht gezählt? Das weiß ich nicht. Ah, deswegen. Ich wusste doch, der kommt nochmal wieder. Jetzt hat sie gezählt. Ja. Oh, Schmuckstück. Mit Ausdauer. Na, dann gib mal her hier. Gib mich her, das Zeug. Na, gleich mal an den Ding. Ach, während des Kampfes ist nicht möglich. Ja, dann mach's doch nach dem Kampf. Ja, mach ich auch. Weil das an diesen dämlichen kleinen Viechern immer so schlecht zu sehen ist, wann man aus dem Kampf raus ist. So, jetzt dann. Ja. Wobei ich sagen muss, bisher eine sehr gemütliche Gruppe. Ja. Auf jeden Fall. Hat der Eskar sein Level abgekriegt? Ja. 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 Das lauter Blümchen bräuchte doch nicht so ne Flecke. Ui. Ohhhh. Schmeiß dann so auf die GP. Ja, das ist mir nicht. Das war's für heute. Die Ds könnten ja ruhig mal sich wenigstens anstrengen, den Tank zu überholen. Ja, besser so, als wenn sie Amor-Glocken... Nö, so richtig. So richtig. Ja, weil sowas macht den ganzen Spaß sonst nur unnötig anstrengend. Jo. Das auf jeden Fall. Äh, jetzt muss ich mal runter, ne, glaub ich. Sauber. War schon Ewigkeit nicht mehr in den Indizierteren, muss ich sagen. Nee, ist auch nicht. Komm, du lustiger Schamane, komm runter da, du hast es levitieren. Oder wir haben doch einen Boss ausgelassen, das kann natürlich auch sein. Das weiß ich nicht. Aber es hat sich auch noch keiner beschwert, also von daher... Pfff. Scheint mir noch halbwegs richtig zu sein. Ja, gut, wenn, dann ist jetzt eh zu spät. Ja, gut. juhu schneller laufen jetzt nicht mehr da sind ja nur ein paar sekunden ach ich weiß welchen boss wir ausgelassen haben eine optionale der oben beim hintereingang steht ach der gibt schlummern auswacht Wobei ich nach wie vor sagen muss, dass hier der Wasserfall rechten Eis gemacht ist. Oh ja. Wie sieht schick aus. Ja, das gefällt mir auch ganz gut. Aber das ist auch der einzige Part, immer Raudon. Wie gesagt, ich war da nie ein Fan von. Nee. Ich fand die auch einfach nur unübersichtlich. Und doof. Ja, also da gibt es andere Innis, die haben ja reinweg vom Aufbau und vorne den ganzen Kram wesentlich besser gefallen. Ja, das auf jeden Fall. Wobei ich das schon wieder hier niedlich finde, dass hier die Mönche ihren Torpedo und so ein Kram alles einsetzen, um schneller vorwärts zu kommen, um dann im Endeffekt noch voller Trashgruppe stehen zu bleiben, bis der Tank kommt. Ja, aber wie gesagt, ich finde es schön, dass sie warten, weil andere, die werden sinnlos vorwärts geeiert. Das auf jeden Fall, ja. Die haben hinter uns die Gruppe gepullt. Das auf jeden Fall, ja. Vorsicht, kleiner Frosch, Gefahr ausgemärzt. Ja, muss man sehr aufpassen, ich weiß, wenn die hochleveln und so, ja, ich kenn das schon. Weißt du, da mach ich einmal was für dich, um dich zu schützen und zu machen und zu tun und dann ist das auch nicht richtig. Wo will denn unser Schamane hin? Weiß ich nicht, ich wusste da. Der ist hier gerade durch den Wasserfall wieder durchgelaufen. Wer weiß, vielleicht hat er was vergessen. Aber er kommt schon. Oder hat sich verläuft. Aber ihr dacht, wir müssen doch durch den Wasserfall nochmal durch. Wer weiß, wer weiß. Oh, ich hab einen Stille-Effekt. Ich kann ja gar nicht mehr zaubern. Was verpasst haben wir oder nicht? Nö. Nö. Wie gesagt, da den, den komischen, ähm, was weiß ich hier, Satyr, wie die Viecher da heißen. Den haben wir ausgelassen. Ist aber jetzt auch der einzige, der mir einfallen würde. Mit dem Fokus zielen haben sie es nicht so. Aber gut, das ist man ja als Tank gewöhnt. Ich wollte gerade sagen, da gibt es, äh, auch schlimmer aus. So. Dumdi Dumdi-dum. Meterchen dicht, da müsste man doch für Sandstümm ran. Ich wundere mich jetzt nur gerade, warum mein Heal-Wort nicht so funktioniert wie soll. Normalerweise hättest du jetzt keine Neuerung kriegen müssen, sondern ein Macht-Botschild. Hm. Beweis. Hier. So, aber den Boss da oben machen wir auf jeden Fall mit. Lawine, oder wie der hieß. Warte mal kurz, ich will mal kurz gucken, warum mir das jetzt nicht hinhaut. Doch, eigentlich eingestellt. Macht aber nicht wie ich's gern hätte. Hm. Beweis. Na ja, mal in Ruhe gucken. Ja. Hast du vielleicht auf irgendeiner Taste gelegt, hier mit Steuerung oder so, dass du es auf Doppelbesetzung hast? Na, eigentlich nicht. Hm. Na ja, gucken wir mal. Gleich mal nachgucke. Sind ja gleich durch. Ach ne. Erdrottschießen. Ich glaube nicht. Ich wüsste, irgendwas war das so mit Felsen runter und so. Ich bin bedeutend. Ich bin bedeutend. Ich bin bedeutend. Das sind wir alle. Oh, kein Stein. Ich bin bedeutend. Ach, wir sind ja schon offiziell durch. Na gut. Ja, jetzt rennen wir einfach weiter. Wie es stört's. Naja, wenn er schon mal hier drin ist. Stimmt, der erste oder der Teil hier zählt ja bloß für das Wasserelementare und die Blume. Deswegen hast du ja keine Quest gekriegt danach. Das haben sie halt umgestellt wegen dem LFR. Beziehungsweise LFG. Weil den Leuten ja die Innis zu lang waren. Da muss man ja mal 5 Minuten Zeit für investieren. Das geht ja gar nicht. Na, na, na. Das geht auch nicht. Gut. Ich weiß, dass hier noch irgendwas lebt, aber ich sehe nichts Ja, steht da irgendwo im Felsen, oder? So, alles jetzt tot? Scheint alles tot zu sein Oh, ich kann ja bald Platte tragen, ist ja immer schön Ja, mit 40 müsstest du es können Mhm, ich glaube Okay Die wunderschöne Prinzessin hier Prinzessin auf der Erbsen Oder? Hab ich die? Na also ich hab keine bekommen Nö Ich hab's einfach nicht weg Mensch, wie soll ich denn die Akku zurückgewinnen? Das Ding, du Wieso hab ich denn eine Indie-Kette eigentlich an? Ja, weil ich noch nicht mehr Ausdauer drauf war Naja, weil ich noch nichts besseres hatte Genau So Kroko noch umnieten Ja, aber Wenn die Kruppe hier mitkommt Ne, die gehen schon alle Gut Dann halt Kroko nicht umnieten Woll grad sagen Ja Das war's ja dann schon wieder Fast beinah Hallo Ja Rapparieren ist cool Da bin ich dabei Da ist er dabei Ah, Döle Seinen Stoff wolltest du noch haben, ne? Und Magiestoff War nicht so schüchtern Ja Ah, ich habe das Richtige für euch Willst du auch ein Schwammel haben? Nein Kein Schwammel? Nein Aber es ist noch ein kleiner Schwammel Immer noch nicht Na gut So Hallo Digga Lele ich mich jetzt hier hin Dann würde ich sagen War's das für diese Folge Wir sagen Tschüss und Bye Bye Bis nächste Woche Tschüss Tschüss